so diese boss hat es auf jeden fall ernst gemeint wir hätten es ohne die hilfe alle nicht geschafft also vielen dank jetzt schauen wir mal welches teil genau wir gefunden haben das ist für mein gehirn ich fühle mich gleich klüger meine sehr funktionalität wurde erweitert jetzt kannst du geld einlage und investieren der mittel müssen jetzt richtig schnell anwachsen frage ist wo stecke ich es bei ihr geld rein das ist ja super und so aber wie formuliere ich das irgendwie ist es seltsam jetzt plötzlich in der lage zu sein geld zu lagern es also direkt bei ray einreichen wie bei einem geldautomaten macht ihr darüber keine gedanken kannst du dich an etwas von der sbc flügel erinnern ein wenig dort habe ich lange zeit gelebt deswegen ist es so wichtig dass ich euch helfe hat er aber jetzt gesagt dass ich im prinzip der schlüssel bin um auf dieses schiff zu gelangen wow mir war nicht klar dass soviel davon abhängt ein grund mehr die anderen teile schnell zu finden stimmst denn quest abgeschlossen aber was ist teile bärm ab geht so langsam so habe ich den überhaupt für quest ich mache jetzt erst mal ein bisschen hier ein bisschen neben quest so jagd aufklärungs atom hat unterschiedlich humanoide haben unterschiedliche kai schalte für uns ein paar aufklärungs automaten aus aber achte auf die betreuung ihrer schrotflinten machen wir doch das mal so wo muss ich denn dafür hin mal da lang ich bin jetzt noch nicht so ganz klar wo ich meine quest abholen kann sooo oh da ist der schon wieder ich mag den ja gar nicht hey wie läuft das geschäft es ist ein guter zeitpunkt um zu reden ich äh ähm egal ich hätte dich nicht stören sollen tut mir leid nein warte ich sehe du hast heute kein nicht jemand bestimmtes dabei wie sonst naja nicht dass du das müsstest oder so es ist nur weil ihr zwei sonst unzertrennlich seid dann erzähl mal was geht da zwischen euch beiden was wirklich das ist eine kai-dünnungsfeier aber nicht auf den armen oder niemals man im ernst ich habe es vor kurzem in der stadt gesehen und es fiel einfach so aufs gesicht und dabei lag da gar nichts auf dem man hätte auswischen können und es ist auch so gelassen ich hatte ja keine ahnung dass es solche kis gibt aber tut mir leid eins nach der mann ich möchte dich um einen großen gefallen bitten ein gefallen um den ein mann nur einmal in seinem leben bittet bitte dich mir den afos ist zu übergeben sehr komisch mir ist egal was dazu nötig ist ich gebe dir alles was ich habe verdammt wenn das nicht ausreicht dann lasse ich mir noch mehr einfallen ich verstehe schon dass ich nicht den besten ersten eindruck hinterlassen habe weil ich müsste nummer zwei bin oder so aber das ist okay ich weiß schon ich bin auch nicht der hellste kopf aber ich erkenne einen guten fang wenn ich einen sehe und glaube mir diese kai ist ein guter fang ich bin hauptsächlich für meine stärke zu gebrauchen aber echte kameradschaft kann ich nicht erzwingen dafür braucht es herz und chemie ich weiß einfach dass wir das zeugs haben um es gut zu verstehen deswegen hätte ich sie gerne als meinen partner mir ist sogar egal dass sie tollpachi ist sie ist so süß ich bin mir sicher dass ich sie zum bestmöglichen partner erzählen kann wir sehen so wie sieht es aussehen gibst du mir die einheit ich flehe dich an bitte ich muss sie haben ja du hast wohl recht du bist nicht der typ dafür einen freund einfach so verkaufen naja ich habe meinen teil gesagt und dazu stehe ich ich bereue nicht dass ich dich heute gefragt habe vergiss nur nicht dass dein afos ist wie jeder andere gegenstand hier betrachtet wird jeder in diesem spiel der es mit pass auf dich auf da draußen man kann nie wissen weil ich versuche es mir zu holen wenn es passiert solltest du vorbereitet sein wasser show cxu das aber eigentlich eine andere quest machen wir fragen jetzt nur wo kann ich denn kreis die frag ist jetzt nur wo kann ich denn der ich bin und ich bin Die Frage ist jetzt nur, wo kann ich denn diese Quest eigentlich machen? Es wird irgendwie nicht an der Karte angezeigt. Komisch. Schon wieder diese Ladezeiten der Hölle. Das ist ein Spiel von 2018. Wo muss ich denn dafür hin? Dann teleportiere ich mich halt mal irgendwo hin. Wird schon irgendwie passen. Da wird es ja wohl ein paar von diesen Viechern geben. Jetzt er kann man auch aus Klogin. Da ist ne Viecher. Auch Klogin zu machen. Komm. So. Boom. Die Distanz ist jetzt nicht so geil. Das ist jetzt aber nicht die Nebenquests oder? Wahrscheinlich die Hauptquests. Ah. Sicher. Und ihr jetzt auch. Schön. Da bist du ja. Ich habe nur darauf gewartet, dass du nach draußen kommst. Ich weiß auch, was du es abgesehen hast. Du wirst dir Ray schnappen. Wenn du einen Arphasis willst, dann musst du wohl jemanden mit anderen überfallen oder einfach eins mieten. Ray wirst du nicht bekommen. Wenn du das, was ich möchte, ist, nur ein Arphasis. Komm nicht in Frage. Ich will einfach nur deinen Arphasis. Und ich rühre mich nicht von der Stelle, bis ich es habe. Nein, ich weigere mich mit dir zu gehen. Huch, ich sage es geradewegs. Ich mag Leute, die nicht um den heißen Brei herumreden. Gib sie ihm. Dann kriegst du das nicht in deinen Kopf. Ray mag dich nicht. Punkt. Vergiss es einfach. Langsam wirst du gruselig. Langsam. Wer ist denn hier gruselig? Ich verspreche, selbst wenn ich es besitze, wird es frei sein und kann tun und lassen, was es will. Genau wie jetzt. Ich will doch egal für wen es registriert ist. Fakt ist nun mal, dass ich es will und es mir gehören wird. Ich komme was wolle. Ich kann mir was wollen. Ach weißt du was? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Deine Einstellung. Du du. Zane, ich fordere dich zu deinem Kampf heraus. Gleich hier, gleich jetzt. Auf geht's. Ich schlage dir ein Deal vor. Ich will immer noch das A4SYS. Wenn ich diesen Kampf gewinne, aber im unwahrscheinlichen Fall, dass ich verliere, gebe ich dir etwas Nettes für deine Unannehmlichkeiten. Es wird sich für dich lohnen, versprochen. Wieso glaube ich das nicht? Hm, ein verlockendes Angebot. Wie willst du deinen kleinen Kampf abhalten? Die Leute sind auch zusammen mit Partys. Wir sind mit unseren Freunden. Wir sind mit uns. Wir sind in einer Gruppe. Da ihr bereits in einer Gruppe seid, dachte ich mir, ihr könntet gegen mich und meine Crew kämpfen. Wie wärs? Moment mal, wie meinst du das? Was meinst du mit vorerst? Hm. Was ich gesagt habe, ich bin übermütig geworden und habe dich auf die leichte Schulde genommen, weil ich dachte, du Newbie hättest eh nichts drauf. Aber du hast noch nicht erlebt, was ich wirklich kann. Äh. Wenn er einmal sein Auge auf etwas geworfen hat, gibt er nicht auf, bis es hat. Ja. Dann hat es wohl... Stimmt, du wirst mich schon noch früh genug wiedersehen. Also halte dich besser bereit. Bis dann. Bye-bye. Bei all den Spielern, deren Aufmerksamkeit wir reden konnten, musste es gerade er sein. Ist echt nicht leicht, so beliebt zu sein. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.